Und zum Schluss jetzt das hier. Super, dann kurz die Beleuchtung, machen wir hier vielleicht eine Fackel rein. Hier scheint alles noch okay zu sein. Gut. Dann machen wir jetzt die Erde. Ah, die geht tiefer. Aber sie scheint außerhalb der Lava zu sein. Nochmal Diamanten, Leute. Holen wir uns aber erstmal das Redstone. Super, und jetzt die Diamanten. Nur einer? Ich glaube, ich hatte noch nie ein Diamant vorkommen, Leute, das nur aus einem einzigen Erz bestand. Noch nie. Das ist ein bisschen schade. Naja, besser als nichts. Na, ich will da runter. Jetzt. Ah, da drunter ist Kies. Ja, noch habe ich Platz, aber nicht mehr viel. Und da ist Bedrock. Mal sehen, wie weit dieser Bedrock reicht. Vielleicht reicht er ja auch zu dem anderen Bedrock. Na ja. Sehen wir da noch. Ja, da komme ich nicht mehr raus. Ah, ich habe es trotzdem bekommen. Ja, dann machen wir doch hier gleich mal den Bedrock. Fangen wir an. Fangen wir hier an. Ich hoffe, die Lava geht nicht zu weit. Und ich bin voll. So, mal sehen. Der Stapel hier ist voll. Die Diamanten lassen wir mal drin. Dafür holen wir uns die Erde. Äh, dann holen wir uns das. Und dann... Passt das. So. Aber ich lasse es mal noch hier. Die Truhe. So. Hier passt sogar alles. Der hier geht dann weiter. Gold. Super. So, ihr könnt schon mal wetten, Leute, werden wir den anderen, also unsere Hauptkammer, sage ich jetzt mal, erreichen oder nicht? Ich glaube ja, tatsächlich, ja. Naja, mal sehen. Ach Mist, der kommt da dann hier wieder weg. So. Redstone, super. Und hier haben wir Erde. Machen wir jetzt nächstes die Erde weg. Machen wir mal ein bisschen Beleuchtung hier rein. Und ein bisschen mehr. So, dann haben wir hier noch Kohle. Erde. Und noch mehr Erde. Dann holen wir uns erstmal die Erdblöcke, die da hinten noch liegen. Und Diamanten, Leute. Geil. Hier war eine Spinne. Ich sehe Kies. Und ich glaube, ich meine, dahinter eine Höhle gesehen zu haben. Okay, ja, ich habe mich wohl getäuscht. Aber das ist nochmal Erde. Also, das ist ein neues Erdvorkommen, Leute. Also, nicht Erdvorkommen, sondern Erdvorkommen. Hehe. Ich glaube, wir gehen hier gerade um die eine Höhle da herum. Keine Ahnung. Keine Ahnung. So, mal kurz hier die ganzen Sachen holen. So, dann weiter mit dem hier. Tja, das war's. Platz habe ich noch. Oh. Wird knapp mit dem Platz. So, erst mal die Erde. Noch mehr Kohle. So. Dann der Kies. Ah, da geht ja noch einiges. So, Kies ist fertig. Äh, Steinkohle. Mist. Jetzt. Gut, dann wieder die Erde. Für vier habe ich noch Platz. Eins. Zwei. Drei. Vier. Habe ich noch Platz für Redstone? Ja, habe ich noch. Okay, vielleicht habe ich den Redstone vorher schon. Nein, habe ich nicht. Keine Ahnung. Dann sind halt nur die beiden da. So, Diamanten. Ich würde, bevor ich die Diamanten hole, würde ich gerne die Erde wegmachen. Aber jetzt gehen wir erst mal wieder zum, zur Endertruhe. Oh Mist. Ich habe vergessen, die Endertruhe. Ach, egal. Ähm. So. Ich habe sogar wieder einen Stapel frei bekommen. So, okay. Wir haben hier volle Erde. Ja, holen wir uns dafür die Diamanten. Kies. Schleim. Erde. Verrottetes Fleisch. Dann nochmal Erde. Dafür gibt es hier das Eisen. Für den Stein gibt es hier die Knochen. Und für diese Erde hier Redstone. Und dafür gibt es den Bruchstein. So. Jetzt sind hier nur noch vier volle Stapel drin. Dann lasse ich die da oder? Hm. Ich glaube, ich lasse die da und hole mir dafür hier noch ein bisschen die Erde. Super. So. Und jetzt ist hier der Diamant dran. Das Diamant-Vorkommen. So. Wir sollten das noch kriegen können. Ja. Diamanten haben wir eh nur fünf. Also haben wir jetzt nochmal ein bisschen mehr. Neun. Super. Gut. Dann geht es jetzt hier weiter mit der Erde. Super. Okay. Das war's. Wir sind voll. Aber ich mach hier mal eine Fackel hin. So. Dann müssen wir jetzt hier irgendwie rauskommen. Und das wäre da. Glaube ich. So. Wenn ich mich richtig erinnere, müsste da hinten links der Aufgang sein. Da. Wobei wir ja den jetzt auch als Auf... Ah nein. Wir haben hier noch keinen Aufgang gemacht, Leute. Au. Ja. Da wird es Zeit. Machen wir einen. Fertig. So, hier geht es wieder nach oben Dann gehen wir jetzt nach Hause Irgendwie bin ich hier falsch Jetzt bin ich wieder richtig Okay, hier sind bis jetzt Keine Monster Gut, laufen wir durch So, wir haben wieder sehr viel geholt, Leute Das finde ich toll Sehr viel Erde, sehr viel Obsidian Sehr viel Stein auch Das gefällt mir So So, fangen wir doch gleich mal mit der Erde an Ja, ich habe jetzt nur angefangene Sachen Kies haben wir hier, glaube ich Ja Obsidian haben wir hier Das ist ja schon die zweite Tour Geil Bruchstein ist da hinten Nein, Bruchstein, nicht Schleim So, aber machen wir gleich mal Gold und Diamanten Und Redstone haben wir, glaube ich, auch Das kann hier hinten rein Also Gold, Redstone, Diamanten Super Steinkohle haben wir hier So, Monster Sachen Wir haben Schwarzpulver voll Das voll Noch nicht voll Auch noch nicht voll So, der Rest Also Schwarzpulver und verratet das Fleisch kommt da rein Und daraus, das mache ich jetzt einfach mal kurz Zack Und dann zack Dann kommt das einfach so da rein So, Pfeile Und Eisen haben wir hier 19 nur Leider Naja Ja, den Stein holen wir nachher So, Obsidian Erde Ausrüstung Kies Und Steinkohle So, und da hinten haben wir dann noch die Neuen Steine Machen wir das mal ein bisschen schneller Da Da hätte ich sogar den einen Verwandeln Umwandeln können Lol Naja So, dann haben wir das Dann dürfte die Truhe jetzt wieder leer sein Geh in der Truhe So ziemlich Gehen wir wieder runter So 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 So